Wow, 1700 Mitglieder sind wir jetzt hier in Sachsen. Fast 200 Mitglieder haben in dem letzten Jahr den Weg zu uns gefunden. Das ist super, denn wie ihr wisst, geht es um Sachsen um einiges. Die bevorstehende Landtagswahl in elf Monaten wird eine Zäsurwahl für unser Miteinander, für unsere Demokratie. Bringt euch jetzt ein, macht mit bei uns. Sachsen ist änderbar. Mit dir, mit uns.